Hallo liebe Rust-Freunde, hallo liebe Challenge-Freunde, ich verrück' hier noch schnell mein Mikrofon, verschiebe damit meine Maus und bin dann wieder voll und ganz für euch da. So, wieder Zeit für die Rust-Bettler-Challenge, heute leider das letzte Mal, ja. Ähm, der Pox und ich, wir werden aber weitermachen an der Bettler-Challenge, solange bis halt die Challenge erfüllt ist. Und was, wenn ich heute quäle? Dann werden wir die Challenge natürlich nicht weitermachen, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, der Ösi-Play hat heute seine allerletzte Folge, was Rust angeht, leider. Ja, der Ösi-Play hat halt zu wenig oder zu viele Slots, wie auch immer man das nennen möchte, sei mal dahingestellt, ja. Ähm, Fakt ist aber, sollten dann heute wieder kein Ergebnis kommen und der Pox oder der, oder meine Wenigkeit werden dann irgendwann mal die Challenge beenden, dann muss natürlich Ösi-Play die Strafe ertragen, also entweder singen oder Kaizo-Mario. Also, während dieser Challenge bin ich noch dabei, Leute, und danach werden ich aus dem Projekt austreten. Okay. Okay, gut. So, und dann würde ich sagen... Über zwei Stunden lang, ähm, Kaizo-Mario, bevor ich einmal ein Lied von Miley Cyrus singe. Gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal, äh, ach ja, übrigens, wir sind hier auf dem Lost Rust-Server, wir wurden drum gebeten. Heute sind hier genügend Spieler online und deswegen sind wir heute auf diesem Server. Mal gucken, ja, also, mal gucken, welcher Fan, äh, dann hier bei wem am besten, äh, abstauben kann, so ungefähr, ne. Gut. Ja, und ansonsten, äh, Texturen gibt's heute mal keine. Ja, Updates, Updates begründet. Die Texturen sind leider noch im Lager, die sind, äh, keine Ahnung, die haben Zollschwierigkeiten. Deswegen spielen wir heute einfach mal ohne. Genau. Achtung, Füße heben, bitte. Genau, und ich switche uns jetzt rum in die ganzen einzelnen Channel. Ist unter meiner Sohle durch, der Witz. Mhm. So, und damit geht es los. Und ich hab da vorne doch gleich ein Haus gesehen, wo war's? Da. Mal gucken. Ob ich eine Chance habe, hier überhaupt was zu erreichen. Das Gute ist, wir müssen jetzt hier nur Deutsch sprechen. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Hallo, ich bin der Tro. Hallo? Hallo, bist du da? Hallo, ich bin der Tro. Ich bin hier von Troplay und ich möchte hier meine Challenge machen. Hallo, hörst du mich? Hallo, ich komm nicht ins Haus. Keine Sorge, keine Sorge. Ich biete dir sogar meinen Lock an. Wenn du möchtest, biete ich dir meinen Lock an und danach kannst du mich töten, okay? Guck mal aus dem Fenster. Oder warte mal, ich geh mal um den Baum rum und gucke mal von der anderen Seite, muss ich sagen, wirklich wunderschönes Haus hast du da gemacht, ja. Du, ich, 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 hallo? Bist du da? Hallo? Ja, hi, hi, komm mal raus. Nein, bitte nicht töten, bitte nicht. Warte ganz kurz, warte, 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 warte. Nicht töten, nicht töten. Don't kill, please, don't kill. Ich habe, halt, stopp. Leute, wartet, 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 bitte, ja. Ich gebe euch meinen Lock, okay? Ich gebe euch meinen Lock, ja, warte, ich, 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 ich kann... Warte. Ach, Mann. Soviel dazu auf dem Lost Rust Server, wären alle freundlich. Wer das Haus kennt, liebe Leute von Lost Rust, liebe Freunde, liebe Fans, ja, ihr wisst ja jetzt, welche sich auseinandernehmen könnt. Gut. Jetzt sind wir hier mitten in einer Schneewild, ne? Ist natürlich geil. Ist richtig epic. Alter, ist das hier eine geile Landschaft. Leute, überlegt euch mal, was das hier für eine geile Landschaft ist. Alter, ist das geil. Das ist wirklich mal richtig geil generiert, ne? Und, ähm, ach ja, wir haben ja wie immer unsere circa 20 Minuten Zeit. Äh, easy play. Was soll denn das, ne? Das ist doch jetzt echt ein Witz, oder? Hm, naja. Oh, was haben wir da? Da haben wir einen Beutel. Und wetten, da ist nur Stein drin? Ah, ne, Code Lock. Cool, den kann ich dann sogar anbieten. Hm, ja. Ich find's schade, dass der easy play dann nicht mehr mitmacht. Ja, bloß, er muss halt, so laut seiner Aussage, äh, Prioritäten setzen, wegen Life is Feudal, was wir ja dann jetzt auch in der Rotation mit Rust haben. Star, äh, ne, Starforge, äh, Exforge ist ja dann raus aus der ganzen Rotation. Oh, das sieht so scheiße aus ohne Texturen. Das ist echt schlimm. Einfach nur wie Matsch, also man könnte fast meinen, das sieht schon Salt-ähnlich. Wenn nicht, äh, der Rest jedenfalls Texturen hätte, wie die Steine oder so. Hm. Na jedenfalls, äh, Exforge ist ja dann erstmal beendet, weil wir ja jetzt mit Life is Feudal angefangen haben. Und man muss ja dazu sagen, Life is Feudal mit dem Sanrelas zusammen den easy play dann verhauen, ist eine schöne Sache. Mal gucken, wie lange das gut gehen wird. Ja, oder aber, ja, schreib wirklich mal dem easy play, ey, easy play, du Feigling, so ungefähr, mach deine Rust-Challenge weiter. Na, wir wollen dich leiden sehen. Och, Mann. Jetzt ist das hier aber echt... Hm, äh, ich hab hier wieder nichts. Keiner will im Schnee bauen, das hab ich schon mal erwähnt, ne? Also, wenn man echt in Schneelandschaften ist, wobei ich muss sagen, die Ecke da war wirklich... Um's in den Worten von Rodin, oder Rodin, zu sagen, ja. Beautiful. Wobei der wahrscheinlich dann mit Christina Aguilera so zusammengearbeitet hatte. Das war wahrscheinlich so die Inspiration. You are beautiful. Aber hier, guck mal, hier sieht man das mal mit den Texturen, wie das dann immer generiert wird. Und ja, mich würde mal interessieren, wie ich gestorben bin. Das gibt's doch nicht. Ey, das sieht... Ah! Das sieht total doof aus, so mit den Texturen. Da. Oh mein Gott, schon wieder so ein Haus. Na gut. Gehen wir da mal hin. Und wieso schreibt der? Wieso macht der denn das per Schreiben? Der hat doch seinen Voice-Chat. Ähm. Ich höre hier auch Tiere. Aber ich sehe keine. Ist auch cool. Also, man darf hier nicht vergessen, dass Rust ja wirklich hier noch in Entwicklung ist. Da ist ein Wolf, da ist ein Bär. Der Bär hat mich jetzt wahrscheinlich erfasst. Ja, sag ich doch, der Bär hat mich erfasst. Super. Ich hoffe, dass jemand da ist und das nämlich reinlässt. Das war der Admin. So. Alter. Jetzt mal ganz ehrlich. Guck mal, wie das aussieht. Da kann man ja gar nichts erkennen. Da rennt man ja hier total... Äh. Oh, verdammt. Ich habe ja den Bär immer noch hinter mir. Hallo? Hallo? Hilfe? Ist jemand da? Hallo? Falls da oben jemand ist, bitte Hilfe. Ich habe einen Bären am Hintern. Ich habe einen Bären am Hintern. Kann mir jemand helfen? Kann mir helfen? 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 Hilfe? 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 Ich komme hier mal hoch. Ich komme hier hoch. Und bin jetzt hier erstmal noch nicht sicher. Hallo? Ist jemand da? Hallo? Hallo? Ist jemand da? Ich komme mal rein. Ich weiß ja nicht, ob jemand da ist. Aha. Ich komme jetzt hier die Treppe nicht hoch. Okay. So. Und hat mich natürlich gleich auch noch jemand im TS angeschrieben. Ja. Kleinen Augenblick, bitte. Ich gucke mal ganz kurz, wer das war. Das könnte wichtig sein. Okay. Also, ich mache jetzt erstmal was, was wirklich... Ähm... Ne. Mache ich nicht. Kann ich jetzt nicht. Kann jetzt gerade nicht. Das ist ungünstig. Das wäre total doof. So. Also, ich hoffe, ich sterbe jetzt. Oh, ne, ne? Wieso komme ich jetzt schon wieder durch das Fenster nicht durch? Hallo? Ich möchte Suizid begehen und komme nicht durchs Fenster durch, oder was? Ach, komm. Lasse ich mich vom Bären töten. Wo ist denn der Bär? Und Öziplay, der cheatet sich da wirklich durch den Chat durch. Das ist doch... Okay, es ist kein Cheaten. Das ist richtig. Es ist eigentlich genau so richtig, aber... Na, komm her. Komm. Komm, hau mich um. Wie der Bär mich überhaupt nicht anguckt. Wow. Gut. Jetzt hat mich der Bär doch nicht getötet. Okay, ich hätte mich nicht verteidigen dürfen, aber trotzdem. Ja, ich bin gestorben. Juhu. Click here to wake up. So. Also, was nicht erlaubt sind, sind zum Beispiel TP-Befehle. Ist ganz wichtig. Vorne ist wieder ein Haus. Mal gucken, ob ich da jemanden sehe. Ich würde jetzt eigentlich gerne hier auf Dauersenden machen, aber das ist auch nicht möglich. So, gucken wir mal. Ähm. Wo ist wir uns jetzt also im zweiten Stock? So. Ähm. Wo sind sie? Ich hoffe, da ist jemand da. Hallo. Hallo, ist jemand da? Ich bin ganz freundlich. Ich bin der Tro von Troplay. Vielleicht kennt ihr mich. Hm, der Entfrieser hat jemanden getötet. Hallo, ist jemand da? Hallo, ich bin der Tro von Troplay. Hallo? Hallo. Hallo again. Ich sag einfach hello again. Okay. Hier ist keiner. Ach, verdammt. Jetzt bin ich da wieder in ein Haus gerannt, wo nix war. Ja, durchschreiben. Ist ja auch kein Wunder, wenn man das so ankündigt. So, da ist die Wolfsstatue, aber da will ich nicht hin. Ich will ja zu einem Haus. Okay, wir machen es anders. Dann ab und auf zur Wolfsstatue am Meer. Und gebt mir jeweils ein Item. So, mal gucken, ob das funktioniert, der Trick. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich renne jetzt mal zur Wolfsstatue am Meer. Also, ihr seht, hier werden jetzt wirklich alle Mittel angewendet, um hier zu gewinnen. Oh, verdammt, die Wolfsstatue ist auch noch radioaktiv. Aber hey, da ist einer. Da ist ein Haus. Hallo, ist jemand da? Gut. Ja, ich glaube nicht, dass jemand da ist. Vermute ich mal. Hallo, ist jemand da? Ich bin's, der Troplay. Vielleicht kennst du mich von der Troplay-Challenge. Moment. Was hat man mit deinem Haus gemacht? Wir hatten dein Haus so verunstaltet. Okay. Warte mal, wessen? Wessen Baumhaus ist das? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Halt, stopp, stopp, hallo. Ich bin der Tro von der Troplay-Challenge. Ich weiß nicht, ob du mich kennst als Let's-Player. Ich höre dich hier irgendwo. Ähm, ich tu dir nichts. Ich gebe dir auch was. Warte, 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 warte. Warte doch mal. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin doch der Troplay. Mann, kennst du mich nicht? Stopp. Warte. Warte, bitte. Warte, bitte. Bitte nicht schießen. Bitte, bitte nicht schießen. Bitte, 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 bitte. Warte doch mal. Tu mir doch den Gefallen. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Warte, warte, warte. Nicht schießen, warte. Gib, warte. Ich, ich mach dir ein Angebot. Please, don't kill. Please, 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 don't kill. Listen to me. One second, please, okay? Please give me only one item. Gib mir bitte nur einen Gegenstand. Bitte, 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 bitte. Ich will nicht verlieren. Komm, bitte. Gib mir doch einen Gegenstand. Einen Gegenstand. Werf ihn aus dem Fenster und dann kannst du mich töten. Okay? Bitte. Warte doch mal. Was soll denn das? Och Mann, oh. Verdammt hier. Das ist nichts. Was ist denn? So. Das ist jetzt eine große Stadt. Mal gucken. Also Voice-Chat, also Voice soll gehen. Mal gucken wir mal. Hallo, hallo, hallo. Hallo, wartet. Halt, stopp, du da oben. Stopp, hier, ich bin's, der Troplay. Ich bin der Troplay. Was, ich komm mal an die Tür, ja? Ich weiß. Was, du weißt, dass ich es bin? Du weißt, du weißt, dass es der Troplay. Ja, ich bin der Troplay. Gib mir nur ein Item, bitte. Wenn du möchtest, wenn du möchtest, dass der Özyplay singen soll. Was? Du stehst hinter der Tür. Ich bin direkt an der Tür. Direkt an der Tür. Nein, nein, ich bin in der Tür. Äh, vor der Tür. Also hier, äh, ich bin außerhalb. Außerhalb bin ich. Ja, hier. Hallo. Hi. Äh, bitte nicht töten. Bitte, ihr wollt doch, dass der Özyplay singen soll, oder? Ja, super. Dann bitte hilf mir, bitte. Wer bist du denn? Welcher Name bist du? Okay, wer bist du denn? Ach, du bist ja in den Friese. Oh, geil. Oh, in den Friese, komm, ein Item. Komm, ist noch jemand da? Ja, da oben. Los, schnell. Ein Item. Los, eins. Was willst du haben? Egal, irgendwas. Gib mir einen Stein. Gib mir irgendwas. Einen Wolfskopf. Irgendwas. Das ist vollkommen egal. Und die da oben, die da auch. Ihr auch. Da habe ich gewonnen. Los, da muss der Özyplay singen. Los. Verdammt. Das ist kurz, Glocken, jetzt war ich zielig. Oh. Ja. Warte mal, was habe ich denn jetzt alles? Ich habe, ich habe einen Code-Lock bekommen. Ich habe Holz bekommen. Einen Gegenstand brauche ich noch. Einen. Einen, verdammt. Einen. Einer, einer von euch ist doch noch da. Okay. Du hast mir jetzt was gegeben, ne? Du hattest mir jetzt was gegeben hier, ne? Wir beide haben. Ja. Okay, gut. Da hinten sind noch welche, ne? Da hinten. Oder hier. Hier, der da oben. Stopp. Hier. Nack da. Warte mal. Hier, ich bin der Torplay. Warte, 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 warte. Die sind böse. Was? Die sind böse. Wieso sind die böse? Ernsthaft? Wieso sind die böse? Ja, meinetwegen. Mich kannst du töten. Das ist egal. Aber ich brauche doch nur noch ein Item. Zwei habe ich. Zwei. Wartet mal. Ich habe ihnen was gegeben. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass du mir was gegeben hast. Ich weiß es. Okay. Die sind alle raus. Gut. Also seid ihr hier nur zwei in dem Haus, richtig? Ihr seid hier nur zwei in dem Haus? Oder seid ihr drei? Ja. Zwei. Ach, verdammt. Fehlt mir noch einer. Wir sind gerade gewaidet. Warum raiden die euch? Vorsicht, hier auf der anderen Seite ist auch noch offen. Da hinten ist noch offen. Sehe ich gerade. Ja, wir werden gewaidet. Na toll. Willst du weiterleben oder soll ich dich töten, dass du weiter wandern kannst? Ja, ich, ich, ich. Also ihr seid hier wirklich nur zwei. Ich bräuchte genau noch einen Gegenstand von einer dritten Person. Das ist es ja. Ja, du weißt, dass du... Ich hab deine Folgen gesehen. Ja, ich brauch nur einen Gegenstand. Verdammt. Nein. Dann töte mich. Dann sind leider nur zwei. Ja, weiß ich doch. Ihr seid nur zwei. Das ist das Problem. Dann töte mich. Komm. Ja, ja. Jetzt blute ich nur. Hallo. Richtig töten. Ja, ich komm gleich wieder. Ich muss hier kurz die Tür öffnen. Also. Tötet mich. Tötet mich. Please. Tötet den Torplay. Wirklich nur zwei. Ja, tötet mich. Ich sag doch, ihr seid mich töten. Ich hab keine Zeit. Danke. Also danke, Enfriese. Danke für deine Hilfe. Damit hab ich zwei Stück bekommen. Und. Ja. Uh. Okay. Oh, verdammt. Ich bin schon wieder in der Schneelandschaft. Gut. Jetzt hab ich jetzt... Warte mal. Ich hör ein. Aha. So. Jetzt muss ich noch einmal kommen. Einen. Einen brauche ich. Ich hab doch hier gerade was gehört. Nein. Das gibt es nicht. Wie sagt der zwei? Warum? Ich hör hier in der Nähe ein. Das ist das Problem. Ich hör ein. Hallo? Hallo. Hier ist doch bestimmt irgendjemand, der mir helfen kann. Bitte. Ich bin der Tro von Troplay. Wir wollen doch, dass der Ösiplay singt, oder? Da oben. Da oben ist einer. So, komm. Komm, 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 komm. Hallo? Hallo, 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 hallo? Hallo? Ich bin der Tro von Troplay. Warte mal. Falls du da bist. Bist du da? Hallo? Warte. Nicht töten. Bitte. Warte, 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 warte. Warte. Ich geb dir was. Ich geb dir was. Warte. Ich geb dir doch was. Warte doch bitte. Ich gebe dir was. Ich bin der Tro von Troplay. Bitte nicht töten. Oh, warum hört ihr denn nicht? Mann, ich will doch nicht töten. Warte. Warte. Ich bin der Tro von Troplay. Warte. Bitte dann nicht töten. Komm. Komm, ein Item. Hi, hi. Hallo. Please, don't kill me. Please, please. Wait. It's a challenge. It's a challenge. Yes? Wait. I only need one item. One item. Yes? And then I win the challenge. Yeah? The other guys are... No, not this. I give you... Wait, wait, wait. I give you all what I got. Yes? And then you give me something else back. Wait. Wait, 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 wait. Drop and drop. Okay? So, you can get all my stuff. And now, only one item back. Only one item back. And I win the challenge. What do you want from me? Nothing. Nothing, only a skull or something else. Give only one thing. I'm a Let's Player from Germany. Yeah? My name called Troplay. And we have a challenge. And I want to win the challenge. I only need one item. And then I can write. Yes, win. Okay? And say me your name. And you will be inside the video. If you give me the item. Only one item. Give me one wood or... Yes? Only one item on the floor. Yep. Exactly. One. A stone. A stone. Yeah. Yeah. Thank you. Wait. Really, really, thank you. And now, you can do anything you want from me. Yes? You can kill me. You can throw me against a wall. Something else. Und damit ist es zu Ende. Ich habe gewonnen. Ich habe alle drei Stück. Und damit bin ich der Gewinner. Oh, und da sterbe ich schon wieder. Channel switched. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Hallo. Ich habe drei Stück. Ja, ich habe zwei. Das habe ich verloren. Danke. Und damit ist es offiziell. Der Pox, der muss sich an Kaiser Mario wagen. Dieser Server hat die beste Community, was ich jemals irgendwo gesehen habe. Echt, Hammer, muss ich sagen. Das ist so gut. Wirklich super. Ich kam an das Haus von Enfriese. Danke nochmal an Enfriese. Nein. Da waren zwei Leute drin. Und da haben mich beide unterstützt. Das war so unfair. Da waren sogar noch fünf weitere drin, aber die haben gerade geradet. Aber ich habe einen Einspruch. Und nee, das ist kein Einspruch. Tut mir leid, die haben es fair gemacht. Liebe Jungs. Ja, Leute. Lieber Ösi, wie viele hast du? Zwei. Achso, okay, ich habe nur eins. Also, ich habe drei. Ich habe zwei extrem nette gefunden. Der eine hat aber am Ende geschrieben, dass er mich doch killen hätte sollen, weil ich eben solche Videos mache. Also, weil das eine Challenge war. Aber der andere, warte. Mal nochmal kurz nachschauen, wie der geheißen hat. Du musst noch schnell ein Video. Deg Jok. Schöne Grüße an dich, gell? Und danke. Und an den Malocher. Ich danke auch dir, obwohl du mich am Ende dann killen hättest wollen. Aber ich danke auch dir trotzdem für den Punkt, damit ich jetzt nicht die Strafe vom Droh machen muss. Und die wäre... Einmal Kaiser Mario 1 für den Pox. Yay! Gut. Okay. Achst du es nicht, dass Ösi trotzdem singen muss? Nein. Nein. Aber, aber ganz kurz noch dazu erwähnt. Der Ösi ist jetzt weg. Ihr könnt trotz alledem den Pox und mir natürlich immer wieder eine Challenge stellen. Wir sind sofort bereit und werden diese Challenge natürlich akzeptieren und so schnell wie möglich umsetzen. Also, liebe Leute, haut rein. Ja, und ich sage in dem Augenblick... Und es sei ja nicht gesagt, dass ich endgültig mit Rust aufhöre, nur fürs Erste, also für die nächste Zeit. Ja, vielleicht macht er ja nochmal so Singleplayer-mäßig Rust so. Rust Singleplayer. Gut. Gut, dann sage ich dann in dem Augenblick, ich bin euer Troh, haut rein. Tschö, tschö. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.